hallöchen liebe bastler und willkommen in lanus kreative tage wie ihr seht habe ich hier heute eine schachtel liegen das ist hier mein prototyp so eine art pillow box die aber viel schmäler ist und so lang gezogen und mit einer klappe da gibt es so eine ähnliche stanzen habe ich mal gesehen aber ich habe mir diese box selbst kreiert auf ein mass gewerkelt und wie ich das gemacht habe wollte ich euch zeigen natürlich lässt er sich nach belieben abwandeln aber dazu kommen wir gleich für meine box habe ich dieses wunderschöne papier ausgesucht das ist aus diesem action blog mit den wunderschönen rosen das ist so zart dass es eignet sich perfekt für hochzeiten besondere anlässe ich habe mir überlegt dass diese box man sehr schön auch für mutter tag basteln könnte also lasst euch inspirieren und zaubert etwas schönes daraus für diese box braucht ihr ein genial ein bleistift und natürlich ein falls werkzeug so eine kugel bietet sich an man kann auch eine häkelnadel nehmen die rund ist und nicht spitz mit der man das ganze fall sein kann denn wir brauchen rundung diese rundung und die gegenwärm dein falls und stanz brett nicht gefasst die müssen wir mit der hand kreieren dazu kommen gleich so mein für meine box habe ich mir mein blatt papier auf 21 x 24 zentimeter zugeschnitten so dass ich habe das mal so genommen dass man es auch aus einem blatt basteln könnte so habe ich zum beispiel diese box gebastelt 21 cm ist dann wie die komplette breite des blattes und da wird die box hier mehrfach legen das ist unsere breite von 24 cm und wie mir das ganze gleich folgt das zeige ich euch also wenn man ein größeres blatt nimmt man kann man sich da auch das was anpassen ich zeige ich erst mal meine masse ich habe mir hier mal aufgezeichnet ich die box wichtig box basteln wir haben an den zwei seiten diese rund bügen so das ist eins dann brauchen wir vorder und rückseite und wir brauchen noch eine lasche daher gibt es noch zusätzlich diesen bogen bei die nachher die beiden aufeinander liegen so meine box ist eigentlich auf dem kopf denn hier ist diese deckel der ist bei mir fünf zentimeter hier unten ist die klebe lasche mit der wir unten box verschließen und die box ist dann 15 zentimeter hoch also meine lasche ist fünf also klappt deckel nenne ich das mal hier unten die lasche ist ein zentimeter und hier 16 15 zentimeter so dass wir insgesamt auf die ganze breite eines vier papiers von 21 cm kommen so für meine box habe ich so gewählt dass meine bürgen je vier zentimeter breit sind und immer die mitte gesehen die mitte ist dann einer breiteste punkte box hier sind dann sechs und da sind jeden fall sechs also meine stimme versagt heute ein wenig ich habe total halsschmerzen ich hoffe dass es dann dass ich das ganze hin durchhalte so dann versuchen wir das ganze mal so damit man es das ganze besser sehen kann werden wir gleich auf der rückseite auf der weißen seite fall sind hier kann man so schlecht sehen wir müssen gleich einige markierungen setzen aber das kommt gleich mein heftchen lege ich mal auf die seite nämlich mal wieder spicken kann und wir falten aus allererstes eine linie hier bei fünf zentimeter eine falls und dann bei einem zentimeter jetzt muss man beachten wenn ein blatt eine richtung hat wie meine röschen wobei die die könnte man auch so nehmen ich habe jetzt die so ausgewählt das heißt oben muss ich auf jeden fall wenn die box so nachher ist von oben die fünf zentimeter falzen und von unten in einen zentimeter das machen wir gerade einmal so jetzt muss ich nur schauen dass ich mein bild bleibe also das obere teils jetzt bei fünf zentimeter gefalzt und das untere lege ich hier unten bei einem zentimeter und den rest müssen wir mit der hand falzen ich kann das schon einmal knicken sieht man die falls linie auch viel besser das ist schon für unsere klappe und für unten und jetzt kommt die box daher gehe ich auf die rückseite und dann fangen wir mal an wir brauchen die sich ja im bogen vier zentimeter sechs zentimeter die breite wieder 46 und schließt wieder mit vier zentimeter die markierung müssen einmal treffen und zwar hier in der mitte von unseren fünf zentimeter die der höhe der box ich mag mir einmal die mitte gehen im bereich sind ja 15 zentimeter mitte der box sind siebeneinhalb also markiere ich mir sie meine zentimeter die habe ich einmal markiert also bei meinem t-lineal kann ich das einfach so ansetzen beim anderen müsste man sonst noch einmal markierung setzen bei mir wird jetzt automatisch der richter winkel angelegt so ich lege es bei meiner markierung und jetzt setze ich meine markierungen bei vier zentimeter 6,10 plus noch mal hier bei 14 noch mal 6 sind wir bei 20 und dann bei 24 das auf jetzt haben wir hier schon mal unsere markierungen die mittig verlaufen 46 46 noch mal vier zentimeter so jetzt ist das so dass hier unsere 24 zentimeter sind hier aber dieses anfang der box im oberen bereich liegt hier nicht in der gleichen höhe sondern wenn wir diesen bogen von vier zentimeter teilen dann zwei zentimeter ist die mitte dann sind wir hier oben zwei zentimeter kürzer das gleiche ist doch hier und hier wenn wir von 24 2 und zwei jahren insgesamt vier zentimeter abziehen haben wir hier insgesamt die breite von 20 so dass die hälfte davon noch mal bei 10 wäre das müssen wir gleich hier auch noch mal eintragen er sieht dass man kompliziert das aus aber wenn man es ein paar mal gemacht hat funktioniert das ganz gut ich lege es mir jetzt an meine falls linie und dann markiere ich von rechts und links zwei zentimeter und dann einmal die mitte von jama insgesamt 24 dann liegen wir hier bei 12 und das gleiche ist doch hier unten zwei von rechts und links und bei zwölf ist dann die mitte jetzt müssen wir unsere bögen ein zeichnen wie machen wir das am besten ich habe da einfach zu hause geschaut an topf deckeln und tellern was ich da verwenden könnte für meine bögen hat sich am pechter ausgestellt für meine die vier zentimeter breit sind und 15 lang brauchte ich einen durchmesser von 30 zentimeter und dann habe ich bei mir zu hause sein dekorin gefunden der ist genau 30 zentimeter groß und dann lassen sich die bögen wunderbar damit gestalten und formen damit wir das ganze besser aus zu können ja eine weiche unterlage ich habe hier sein maus bett das ist das günstigste was es bei action gibt da kann man sehr schön darunter liegen und das ganze kann wir gleich einzeichnen so wir haben hier zwei zentimeter markierungen und dann wissen dass der bogen hier bis zu ende gehen soll so lege ich hier an meinen markierungen an und guckt dass ich hier am ende mit meinem bogen bin und dann zeichne ich mir das ganze einfach auf hier muss man nicht falzen hier wird das hier abgeschnitten hier kann ich direkt sofort setzen denn hier brauchen wir gleich die lasche und hier müssen wir gleich noch ein bogen für für unseren deckel machen wie wir den gleich gestalten zeige ich euch erst mal malen wir diesen bogen und das gleiche gegenüberliegend so ich mache jetzt erst mal alle von dieser seite da muss ich nicht zu viel und herdrehen jetzt brauche ich mein pfalz werkzeug jetzt habe ich rechts und links wieder meine markierung und die die mitte die treffen sehr schön aufeinander und dann ziehe ich mir meine pülken da sieht man schon bürgen jetzt sehe ich mal das ganze und zeichnet die gegenüberliegende linie hier schnittpunkt ein den beiden querfall linien und hier unsere markierung von 4 cm hier versuche ich so ungefähr mit sich anzulegen damit alles schon passt jetzt 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 so sind meine bilden so jetzt muss ich hier alleine zugeben dass ich mich um ein zentimeter verschnitten habe aber wir lassen das nachher einfach für die lasche für die innere lasche dann ist mein bohren etwas die ein zentimeter kürzer das wird ihnen einfach verstecken ich habe leider mein papier ein zentimeter kürzer abgeschnitten nicht aufgepasst also hier müssen wir gleich abschneiden also mache ich mir einen bogen darauf jetzt müssen wir hier natürlich überlegen wenn das ja denn bei mir müsste das hier das äußere sein damit es mit dem deckel klappt denn ich wollte es ja so nach hinten kleben und dann kommt der deckel drauf das heißt der deckel ist wenn das hier so wird nachher so gemacht da musste deckel hier hinten sein muss ich jetzt bei mir einfach spiegel verkehrt machen damit das hier hinten ist wenn mit dem schließlich von vorne das heißt mein deckel muss auf dieser seite sein sonst ist es ja genau das gleiche das kann man ja so oder so ob man den deckel hier ohne hier aufzeichnen mag es ja kein unterschied das machen wir dann am gleiche schneid zuerst denn ich habe jetzt eine variante überlegt wie wir am einfachsten den deckel formen denn unser deckel die mit ihr hier drüber gelegt man sollte eigentlich die gleiche rundung hier haben hier habe ich nicht ganz so passend sie wäre ein bisschen schmäler sie denke ich auch okay aber wenn es ungefähr die gleiche breite hätte wäre nicht schlecht und wie man den bogen hier oben für den kurzen stück macht das zeige ich euch jetzt ich hier dafür lege ich die klappe ich meine mein deckel um und hier sind ja unsere markierten schon gefalzten bögen man sieht genau wo dann das gefalzt wird dann kann ich mir hier eine markierung setzen wurde bis wohin der bogen gehen soll der soll hier vom ende das heißt von hier bis zu unserer markierung hier so gleich unser bogen laufen genau hier da wir können geschäft rückseite zeichnen wie sieht man die nicht so dass der bogen hier so läuft also von diesem schnittpunkt wie hier beiden beiden spitzen von bügen hier fängt es an und hier wird der bogen gehen beide bürgen rechts und links eigentlich mit dem gleichen bogen jetzt hier unten ist daher brauche ich meinen ringen noch einmal jetzt muss ich einmal der seite ein zeichnen denn hier habe ich auch meine markierungen genau schauen dass ich auch die richtigen markierungen habe hier ist unser schnittpunkt der wird hier ausgeschnitten damit ich das ganze auch sehr und von diesem schnittpunkt bis zu unserer markierung wird jetzt ein bogen zeichnet das kann man gleich ausschneiden genau das gleiche gilt auch hier hier ist unser markierung hier sind die beiden bürgen hier kreuzen dann zeichnen wir hier hier haben wir genau hier angepasst da ist unser bogen dann kann man das ganze schön ausschneiden ich zeichne ich versuche eine schnittanleitung zu machen das ist ein schnittplan dann verlinke ich euch das dann nur einfach massen die infobox zu schreiben hier gibt es ein rest stück das können wir gleich noch weiter verwenden und hier vorne gegenüber kommt dann unsere lasche also Auckland noch hier aqui hier hier also hier ich hab die brille nicht dann dann mache ich einiges jetzt müssen wir unsere bürgen ich wollte die erste mal in der richtung wir ja von der seite gezogen haben das ganze hin in die andere richtung nicht ganz volle flasche aber wie gesagt da das hier sowieso verklebt wird sieht man das auch gar nicht und vielleicht auch gar nicht auf die sicherheit hat unsere lasche zwischen übergeht hier möchte ich gerne oben etwas abrunden dann nehme ich mir einfach stand das ganze ab dann haben wir so schöne wunderbarer runden kannten als erstes klebe ich unten fest jetzt sind unsere markierungen sind alle innen die sieht nachher keiner das passt doch perfekt ganz nah an unsere und ich möchte das ganze noch ein bisschen mit flüssig kleber zusätzlich verstärken damit hier sich nichts lösen kann und damit wir gleich noch ein bisschen ruckeln können so ihr guckt ein bisschen klebeband draußen wie ich einfach nach innen ich glaube das können wir erst mal zur seite nehmen dann versuchen als erstes hier unten fest zu kleben hier außen kann man schön anlegen aber hier ist schon rund da versuche ich mal mit einem das ganze ein bisschen fest zu drücken dann ist das hier schon fest jetzt kleben hier sind wir noch sehr seitlich unsere klebe lasche und ihr seht zauberhaft mit diesem wunderschönen röschen also kommt hier auf die klebe lasche klebe jetzt noch schön fest drücken das ist so ein wunderschönes papier für karten finde ich allerdings da ist ein bisschen zu viel los da muss man das ganz dezent aufbringen aber für boxen dachte ich es ist optimal für albern zur hochzeit für hochzeit karten für besondere anlässe jetzt zum mutter tag finde ich ist das ein wunderschönes papier so schön romantisch und voller blümchen das braucht ein moment besser wie schön angezogen ist ich möchte hier vorne meine box mit einem band verschließen indem ich das drum herum machen und möchte hier vorne noch einen schlitz wie hier wie ich hier gemacht habe ich habe da so eine stand so ihr müsst es ja so nicht machen man kann mit einem karten schlitz rein machen vielleicht habt ihr auch andere sangen mit denen das möglich ist ich habe 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 meine box verschließen ich sammeln ich sammeln gleich alle materialien um die box zu dekorieren und dann machen wir weiter so ich habe mir einige materialien hier zusammen gesucht ich habe mir ein so ein wunderschönes schleifenband ist doch perfekt für eine hochzeit oder dieses band ist von café konstanz das möchte ich gleich um meine box wickeln man könnte hier auch ein rosa farbenes ohne kompletten weiß weiß wäre doch auch sehr schön das fällt dann ein bisschen mehr auf jetzt habe ich dieses band schon zugeschnitten so das band kommt welche drum herum ich habe mir aus dem reststück einen kleinen anhänger ausgestanzt ich habe diese hier verwendet man kann natürlich auch von action nehmen da habe ich nur diese hier möchte einfach schauen was sie da habt das hat mir von der größe sehr schön gepasst habe ich aus dem reststück aus dem gleichen papier anhänger ausgestanzt und aus einem weißen daraus habe ich meine anhänger ausgestanzt auch die mitte aus einem kleinen reststück von diesem blumigen papier aus öse aufgesetzt alles liebe zum mutter tag drauf gestempelt mit feindliche anlässe von stenten ab und mit lodengrün wunderschöne grüne farbe gibt alles liebe zum mutter tag und als kleine in dunkler hingucker habe ich mir so kleine blättchen die gab es auch von action da habe ich sämtliche blüten blätter stanzen hier gesammelt habe ich diese hier die haben ja ähnliche form ausgestanzt aus velum das sehr schön zu meinen blüten mit so leicht bläulich das möchte ich gleich mit arrangieren und viel mehr wird es hier nicht moment gibt ing 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 richtig schön zart aus je nachdem für welchen anlass man macht und wenn man die box einfarbig macht macht dann kann man natürlich ganz anders dekorieren viel bunter arbeiten aber da meine box ja schon voller blüten ist habe ich mir mit der dekor ein bisschen zurückgehalten neuen schleifen anhänger ein paar blädchen die sitzen nicht ganz so perfekt wie ich das gerne hätte und schauen ist diese box fertig ich schaue zu dass ich eine anleitung für euch an fertige dann mit seiner zeichnung kann man hier ist einfach an dieser box heranzugehen wenn man sich vor augen halten kann wie die box aufgebaut ist und dann kann man es nach belieben abwandeln schreibt man ruhig eventuell die kommentare ob es euch interessiert ob ich die box auf ein komplettes umrechnen sollte auf ein 12 x 12 inch bogen denn davon auch kleine reste hier zum beispiel kann man sehr schön auch anhänger und kleiner bluschen noch mal vielleicht durch den aufstand sind die man mit irgendwo aufbringen kann ich bereite erst mal mit dem maß und dann schaue ich mal dass ich das ganze hierhin kriege das ist also diese wunderschöne box ich finde die zauberhaft hoffe natürlich dass euch diese idee gefällt und dass ihr so eine oder so ähnliche box nachwerken werdet wünsche euch nur noch viel spaß beim schauen und beim nachbasteln bis dahin